hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video von spiel mit mir kinderspielzeug wir werden heute gemeinsam die mega monster schule von der monster high aufbauen so sieht sie aus wenn sie fertig ist die einzelnen schritte seht ihr jetzt und später gibt es noch eine room tour dann legen wir mal los hier haben wir die ersten teile das sieht aus wie der eingang und eine treppe dann kommen diese säulen dann kommen diese beiden wände das tor habe ich jetzt auch schon eingebaut und jetzt geht es weiter aufs dach jetzt geht es noch ein stockwerk höher wir bauen jetzt nicht diese riesige uhr an weil ich hier oben an die uhr sonst gar nicht mehr rankommen würde habe ich jetzt erstmal die mega monster schule umgekippt wir bauen jetzt noch die spitze dran und hier noch diese gargolz jetzt bauen wir links und rechts treppen an das schulgebäude hier unten kommt jetzt noch dieser sag oder dieser doppelte sag hin jetzt bauen wir hier noch eine kleine erweiterung dann 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 Im Großen und Ganzen haben wir jetzt die Mega Monsterschule von der Monster High aufgebaut. Es fehlen natürlich noch jede Menge Einrichtungsgegenstände und Details, aber das mache ich jetzt einfach mal so für mich selbst. Und dann zeige ich euch das Endergebnis, also wie die fertige Mega Monsterschule von der Monster High dann aussieht. Die Mega Monsterschule von der Monster High ist jetzt fertig aufgebaut. So sieht sie aus. Sie ist wirklich gigantisch. Wir haben hier unterschiedliche Zimmer. Ich habe hier schon mal ein paar Monster High Puppen hingestellt. Und ich glaube, mit dieser Schule hat man auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir fangen mal hier unten an. Hier ist der Eingangsbereich. Da gibst du eine kleine Chill Lounge. Da ist auch schon Gigi Grant. Und hier Laguna. Es gibt an dem ganzen Haus so kleine Puppenständer. Damit kann man die Puppen dann an der Seite befestigen. Dann kann man hier die Treppe raufgehen. Da gibt es ein kleines Bad. Dann hier oben noch ein weiteres Stockwerk. Da ist die Spectra und legt auf. Hier gibt es noch ein kleines Radiostudio. Hier hängt unsere Draculaura von der Decke. Dann können hier natürlich auch die Schüler pauken. Was ist eine Schule ohne Tafel? Hier unten gibt es eine Kantine. Und da sitzt auch schon die Frankie Stein. Und ist komisch ein Oktopus und irgendwas Schleimiges. Also mir gefällt diese Schule wirklich super gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr diese Schule auch schon. Und eventuell habt ihr auch schon damit ganz, ganz viele Geschichten nachgespielt von der Monster High. Ich denke, Kati und ich werden uns auch was Schönes überlegen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir nette Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!